In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du auf iquesonline.net im Evaluationscenter Fragebögen finden kannst, diese auch adaptieren und dann an eine bestimmte Zielgruppe ausgeben kannst. Ich habe die Webseite iquesonline.net bereits geöffnet. Rechts oben findest du den Anmelde-Button und mit einem Klick darauf kannst du dich mit deinen Benutzerdaten anmelden. Nach der erfolgten Anmeldung siehst du rechts oben nun keinen Anmelde-Button mehr, sondern du siehst ein Icon mit einem Avatar. Das bedeutet, dass du angemeldet bist. Im grau hinterlegten Menü findest du nun den Menüpunkt Evaluationscenter. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein neues Browser-Tab und das Evaluationscenter wird geöffnet. Zuerst möchte ich dir einen kurzen Überblick über das Dashboard des Evaluationscenters geben. Im oberen Bereich siehst du hier die vier Hauptbereiche. Einmal das Dashboard, dann den Bereich für die Fragebogenvorlagen, dann den Bereich für von dir adaptierte Fragebögen und zu guter Letzt die von dir erstellten Befragungen. Hier im Dashboard siehst du, welche Befragungen du bereits durchgeführt hast und etwas weiter unten, welche Befragungen in Vorbereitung sind. Scrollst du noch weiter nach unten, siehst du, welche Fragebögen du zuletzt bearbeitet hast. Ich wechsle nun wieder in den oberen Bereich und wähle den Punkt Vorlagen. Wie du bereits an der Nummerierung erkennen kannst, gibt es im Equest Evaluationscenter unzählige Fragebögen, die dir zur Verfügung stehen. Daher ist es sicherlich ratsam, die Fragebögen auch zu filtern. Ich möchte in diesem Fall thematisch den Bereich Unterricht und Lernen abfragen, als Befragte meine Schülerinnen und Schüler, bei der Schulstufe wähle ich noch siebte bis neunte Schulstufe und beim Fragebogentyp wähle ich noch das Online-Instrument. Nun siehst du, dass noch zwei Seiten an Fragebögen zu deiner Verfügung stehen. Du kannst dir nun den passenden Fragebogen aussuchen. Ich möchte beispielsweise eine Befragung zu meinem Mathematikunterricht durchführen. Möchtest du dir den Fragebogen vorab durchsehen, stehen dir zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einmal mit dem Wolkensymbol kannst du den Fragebogen als PDF herunterladen und die theoretisch auch ausdrucken, um ihn analog durchzusehen. Mit dem Augensymbol kannst du eine Vorschau online ansehen. Ich klicke nun also auf das Augensymbol und du siehst hier nun, wie der Fragebogen aussieht. Einmal hier rechts oben, der Bildschirm zeigt die Desktop-Ansicht der Umfrage und das Smartphone zeigt die mobile Ansicht der Umfrage. Mit einem Klick auf Weiter kannst du nun durchsehen, welche Fragen zur Verfügung stehen und auch welche Antwortmöglichkeiten. In der Smartphone-Ansicht werden die Antwortmöglichkeiten hier in einem Dropdown-Feld angezeigt, in der Desktop-Ansicht hier in einer Tabelle. Mit einem Klick auf Weiter kann ich die unterschiedlichen Abschnitte der Umfrage durchsehen, bis ich dann zu guter Letzt am Ende angelangt bin. Mit einem Klick auf Zurück kannst du einzelne Seiten wieder zurückspringen. Mit einem Klick auf X kannst du die Vorschau schließen. Bist du nun mit diesem Fragebogen zufrieden und möchtest keine Änderungen durchführen, klickst du einfach auf Befragung durchführen. Da es aber manchmal vorkommt, dass man Fragen bearbeiten möchte oder auch löschen möchte, zeige ich dir nun noch zuerst, wie du den Fragebogen kopierst und dann auch bearbeiten kannst. Ich klicke auf Fragebogen kopieren, bearbeiten und werde darauf hingewiesen, dass dieser Fragebogen nun in dem Bereich meine Fragebögen kopiert wird. Ich erstelle also nun eine Kopie und erhalte nun die geöffnete Kopie bereits zur Bearbeitung. Den Namen werde ich nun ändern und zwar handelt es sich hier um meine 4C-Klasse im Schuljahr 2022-2023. Der Rest ist für mich okay, ich klicke auf Weiter, kann mir dann noch die Fragen durchsehen, wenn ich beispielsweise möchte, dass nur Mathematiklehrerin oder nur Mathematiklehrer vorkommt, klicke ich hier auf das Stiftsymbol und kann nun einzelne Fragen ändern und kann auch die Antwortmöglichkeiten verändern. Mit einem Klick auf das grüne Häkchen werden Änderungen übernommen. Als zusätzliche Werkzeuge stehen dir hier einmal das Fragezeichen zur Verfügung. Hier wirst du darüber aufgeklärt, dass maximal 6 Abstufungen in der Antwortskala möglich sind. Dann kannst du eine Frage komplett löschen mit dem Mülleimer-Symbol. Du kannst eine Frage auch duplizieren, kannst sie wie gesagt bearbeiten und mit dem Pfeilen kannst du die Frage entweder nach oben verschieben oder die Frage nach unten verschieben. Nachdem du den Fragebogen dann bearbeitet hast und mit dem Fragebogen nun zufrieden bist, bist du am Ende dieser Bearbeitungsseite angelangt. Hier hast du nun die Möglichkeit links den Fragebogen zu speichern und somit wird die bearbeitete Version in der Ansicht Meine Fragebögen gespeichert. Nun können wir die Befragung durchführen. Ab hier läuft das wieder exakt gleich, wie wenn du den Fragebogen im Original übernommen hättest. Ich klicke auf Befragung durchführen und komme nun zur Auswahl, wie ich denn diese Befragung durchführen möchte. Einmal gibt es die Befragung mit individuellen Teilnahmelinks und einmal die Befragung mit einem allgemeinen Teilnahmelink. Für größere Umfragen oder für Umfragen, wo Sicherheit und Ergebnisqualität wichtig sind, empfiehlt es sich hier die Befragung mit den individuellen Teilnahmelinks zu wählen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Link nur einmal verwendet werden kann und wenn du beispielsweise 25 Links generierst, maximal diese 25 Personen auch deine Umfrage ausfüllen können. Geht es dir nur um ein schnelles Feedback, beispielsweise am Ende einer Lektion, eines Stoffgebietes oder dann auch Ende einer Veranstaltung, die du organisiert hast, kannst du hier Befragung mit einem allgemeinen Teilnahmelink wählen. Diesen Link kannst du dann beispielsweise mit einem Beamer projizieren oder auf eine Broschüre drucken und so das Feedback deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer einholen. Ich klicke allerdings auf Befragung mit individuellen Teilnahmelinks. Nun steht dir zur Auswahl, ob du die Personen mit E-Mail einladen möchtest, mit Teilnahmekodes oder mit E-Mail und Teilnahmekodes. In meinem Fall bekommen meine Schülerinnen und Schüler Teilnahmekodes und ich wähle hier die zweite Option. Dann ist es noch wichtig, hier einen Namen anzugeben, den Namen der Befragung. In meinem Fall 4C, Mathematikunterricht, 2022, 2023. Ich checke noch einmal, ob die richtige Variante der Einladung gewählt ist, Einladung mit Teilnahmekodes und klicke auf Weiter. Nun kann ich festlegen, wie viele Teilnahmekodes ich generieren möchte. Meine Klasse, die für C, besteht aus 25 Schülerinnen und Schülern, daher generiere ich 25 Codes. Mit einem Klick auf Weiter kann ich nun noch den Befragungszeitraum festlegen. Meine Befragung kann sofort starten und als Enddatum wähle ich einen Zeitraum nach Pfingsten, den 31. Mai. Du könntest theoretisch auch noch eine Abschlussuhrzeit festlegen, das mache ich in diesem Fall nicht. Aus meiner Erfahrung kann ich dir nur empfehlen, wähle den Zeitraum nicht zu lange, da sonst die Umfrage bei deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eventuell in Vergessenheit gerät und sie die Umfrage nicht mehr ausfüllen. Nun klicke ich auf Weiter und ich kann noch einmal kontrollieren, wie ich meine Umfrage konfiguriert habe. Es geht um die 4C Mathematikunterricht 2022-2023. Der Fragebogen ist mein bearbeiteter Fragebogen. Ich führe die Umfrage mit individuellen Links durch. Von 25. April bis 31. Mai ist die Umfrage geöffnet und es sind 25 Codes. Diesen Zwischenstand kannst du nun noch einmal speichern, wenn du die Codes zu einem späteren Zeitpunkt ausdrucken möchtest. Möchtest du sicherheitshalber deine Umfrage noch einmal kontrollieren, kannst du hier noch einmal auf das Augensymbol für die Vorschau klicken oder mit dem Wolkendownload-Symbol den Fragebogen als PDF downloaden. Ich möchte allerdings nun die Befragung starten und klicke daher auf Befragung starten. Ich werde noch einmal gefragt, bin ich mir sicher, dass ich starten möchte? Ich bin mir sicher. Und die Befragung wurde gestartet. Ich klicke auf Schließen und werde nun zu der Umfrage weitergeleitet. Ich sehe hier, die Umfrage läuft seit ein paar Sekunden und endet in einem Monat. In der Übersicht sehe ich nun, es werden 25 Personen gefragt. Noch kein Fragebogen wurde angefangen, keiner beendet und daher habe ich noch eine Rücklaufquote von 0%. Wenn du nach unten scrollst in den Bereich Teilnahme-Codes, kannst du nun eine Liste mit Teilnahme-Codes herunterladen oder ein A4-Blatt pro Teilnahme-Code. Klickst du auf Liste mit Teilnahme-Codes, erhältst du eine Excel-Liste. Du siehst, in dieser Tabelle hast du nun in der Spalte A die unterschiedlichen Teilnahme-Codes. Diese Variante würde ich wählen, wenn du beispielsweise einen personalisierten Serienbrief gestalten möchtest. Ansonsten bietet es sich an, ein A4-Blatt pro Teilnahme-Code zu erstellen. Nach einem Klick darauf wird das PDF generiert und heruntergeladen und wenn ich das PDF öffne, siehst du nun, du erhältst einen Teilnahme-Code pro A4-Blatt und diesen kannst du dann an deine Zielgruppe austeilen. Im unteren Bereich könntest du nun noch zusätzliche Einladungen per E-Mail verschicken, das ist aber für uns nicht relevant, da wir das Ganze per Teilnahme-Code auf einem A4-Blatt erledigt haben. Hast du Fragebögen als Papier-Fragebogen verteilt, kannst du hier mit Papier-Fragebogen erfassen, die Daten erfassen. Ich würde dir aber empfehlen, nutze die Möglichkeiten eines Online-Fragebogens. Würdest du am unteren Bereich hier auf Befragung beenden klicken, wird die Befragung geschlossen. Daher bitte erst darauf klicken, wenn das Befragungsfenster beendet ist. Scrollst du nun wieder weiter nach oben und klickst hier links auf Zurück zur Übersicht, kommst du wieder in dein Dashboard, das du bereits vom Anfang kennst. Und hier siehst du nun links eine laufende Umfrage seit drei Minuten, die beendeten Umfragen und eine Umfrage in Vorbereitung. Möchte ich diese Umfrage, die in Vorbereitung ist, löschen, da diese aus dem letzten Schuljahr ist, klicke ich auf das Mülleimer-Symbol und bestätige noch einmal das Löschen. Ist eine Umfrage nun beendet, wird dir das hier als beendet angezeigt. Du siehst dann, wie viele Personen wurden befragt, wie viele Fragebögen sind zurückgekommen und wie ist die Rücklaufquote. Mit einem Klick auf Ergebnisbericht wird dir nun das Ergebnis generiert. Du kannst dir dieses Ergebnis hier online durchsehen oder du kannst dir das Ergebnis auch als Excel-Datei herunterladen oder auch als PDF herunterladen. Ich hoffe, ich konnte dir nun einen kurzen Überblick geben über die Möglichkeiten, die dir das IQES-Evaluationscenter bietet. Das Evaluationscenter ist eine schnelle Möglichkeit, Umfragen im schulischen Kontext durchzuführen und dabei auch auf vorgefertigte Fragebögen zurückgreifen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017